Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Jetzt geht es richtig ab. Wir haben das Polaris Q&A Teil 1 und Sawyer und ich werden das für euch jetzt heute mal beantworten und wir beginnen mit der ersten Frage. Ja, die erste Frage ist, ja die Polaris kann also einen Fighter mitschleppen. Ist es denn jetzt ein Snapfighter, den sie mittragen kann und wenn ja, kann sie vielleicht mehrere davon tragen oder eben einen regulären und was für ein Fighter passt überhaupt rein in die Polaris und die Antworten darauf waren eigentlich relativ eindeutig und zwar grundsätzlich passen Jäger von der Größe einer Sabre oder kleiner in den Hangar von einer Polaris. Und wenn man gut und geschickt parkt, kann man es auch schaffen dafür zwei Snapfighter zu parken. Das erfordert dann doch aber einige Einparkkünste der Piloten, denn dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Also grundsätzlich der Hangar soll für einen Jäger und der eben im Größenverhältnis etwa einer Sabre, wobei man daran bedenken muss, dass die Sabre auch noch die Flügel einklappen kann. Da kommen wir später nochmal zu passen. Ja, die nächste Frage, die wir dann hatten war, es geht um Torpedos, denn die Polaris benutzt Torpedos und hier geht die Frage gar nicht so sehr um das Schiff selber, sondern eigentlich mehr um die Torpedos selbst. Genau, um die Mechanik mit den Torpedos und da haben wir festgestellt, eigentlich gibt es keinen wirklichen Unterschied oder ganz wenige Unterschiede zwischen der Torpedomechanik und der, wie wir kennen ja jetzt aus dem Arena Commander oder aus dem Wörth, der Raketenmechanik. Und da ist es natürlich auch sehr marginal, also die Torpedos können sich zwar genauso nach vorne bewegen wie die Raketen auch, nur tun sie das um einiges langsamer und sind auch nicht so manövrierfähig. Dafür ist aber natürlich die Sprengkraft um ein immenses Stärker, also wenn die irgendwo aufschlagen, dann knallt es richtig und ansonsten ist es genauso wie bei den Raketen, kommt es natürlich auf den Herstellungsprozess an, beziehungsweise welchen Typ man sich da nimmt. Da gibt es ja unterschiedliche Formen davon. Einige sind verlässlicher, andere sind schneller aufzuschalten und so weiter. Auch das wird auf Torpedos zutreffen, nur müsst ihr euch wirklich vorstellen, Torpedos sind gegen größere Ziele gedacht, nicht nur gegen Großkampfschiffe, sondern eben auch zum Beispiel gegen feste Verteidigungsplattformen oder Raumstationen, die eben schlecht ausweichen können und die davon einfacher getroffen werden. Aber Torpedos wird man auch leichter abschießen können als Raketen und deshalb ist es der Unterschied einfach, das eine langsam und manövrierfähig, dafür groß bumm und das andere halt schneller und dafür auch Bär im Kampf gegen den Dogfighter geeignet, denn da werden Torpedos zum Beispiel nicht so gut zum Tragen kommen. Ja, kommen wir zur nächsten Frage und da geht es direkt um die Länge des Schiffs, da gab es nämlich so ein paar... Unstimmigkeiten. Ja, also da wurde ja gesagt, okay gut, also auf der einen Seite stand 155 Meter, auf der anderen stand 130. Wie lang ist sie jetzt eigentlich? Und da ist es auch ganz klar, das Schiff ist 155 Meter lang und die Stat-Page, worauf halt auch die ganzen Stats des Schiffes stehen, wurde dementsprechend auch angepasst. Also kurz, knapp, so ist es. Ja, das ist einfach. Ja, so ist es. Ja, dafür wird die nächste Frage ein bisschen länger und zwar da geht es tatsächlich um die Frage, ja wo, was stellt sich denn CAG vor, wogegen ist die Polaris am besten geeignet? Also was ist so, ja ihre Stärke und was ist eigentlich die Schwäche dieses Schiffes? Ja, ja. Und tatsächlich ist die Polaris selbst ein Großkampfschiff und ist auch tatsächlich als Kampfschiff, also Militärschiff konzipiert. Dafür ist sie gemacht und sie ist am besten einzusetzen gegen, ja, kleine oder mittlere andere Großkampfschiffe oder eben zum Beispiel zur Belagerung von Raumstationen oder festen Installationen, die der Gegner eben hat. Natürlich kann sie sich sehr, sehr gut gegen Fighter auch erwehren, also sie wird sehr, sehr gute Flak-Kapazitäten haben, wenn man so möchte und entsprechend schnell wird sie sein, ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Aber sie wird auch so ihre Schwächen haben und das ist gerade das Einstecken, wenn andere Großkampfschiffe dabei sind. Richtig. Also ich würde sie jetzt nicht gerade gegen eine Idris oder gegen eine Javelin fliegen lassen, denn wenn sie da etwas Feuer von den wirklichen Railguns abkriegt, dann ist da ganz schnell Schicht im Schacht und dann ist das Ding auch ganz schnell down. Also das sollte man nicht unbedingt dann probieren mit der Polaris. Ja, ne? Ja, und man kann noch zum Jägerkampf sagen, dass sie sich gegen die meisten Jäger sehr, sehr gut verteidigen können wird, weil sie eben sehr starke Panzerung im Vergleich hat zu anderen Schiffen und auch eben entsprechend gute Schilde. Aber man sollte vor Gladiatoren aufpassen, das haben sie noch gesagt, ne? Ja, Gladiators und ja, auch Retaliators, aber die Retaliators sind natürlich größere Schiffe und da kann es auch natürlich Bumm machen. Genau, das ist auf jeden Fall der Punkt. Ja, was war die nächste Frage? Das ist die Frage, was kann sie noch? Was kann sie noch, genau. Welche Rollen erfüllt sie noch außerhalb der Gefechtssituation? Und da gibt es halt auch eine ganz klare Antwort. Sie ist ein Militärschiff. Also wenn sie nicht dafür gedacht ist, für was dann? Und da gibt es auch eine etwas längere, aber auch ganz entschiedene Antwort. Man möchte natürlich auch den Spielern die Freiheit geben, mit dem Schiff machen zu können, was sie wollen, also auch Handel, aber es ist primär ein Militärschiff und daher wäre natürlich da, die Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen und sie wäre nicht so effizient wie beispielsweise eine der Hull Series, wenn man jetzt mal von dem Handel von Punkt A zu Punkt B fliegen möchte. Also da müsste man schon exquisite Ladungen transportieren, um da irgendwie wirtschaftlich Gewinn rauszuziehen. Also Leute, nehmen wir uns jetzt mal alle beiden Händen und gucken uns das Ding mal an. Sie vergleichen es mit echten Kriegsschiffen. Bei echten Kriegsschiffen sagen sie, die sind wirklich nur dafür gedacht, möglichst viel Eindruck zu machen, bestimmte Handelsrouten offen oder frei zu halten oder Gegner unter Druck zu setzen und kosten unfassbar viel Geld. Bei Star Citizen wird es nicht ganz so krass werden. Ihr werdet also die Möglichkeit haben, das Schiff auch mal zweckentfremden zu können für andere Dinge, wo man jetzt ein Kriegsschiff nicht nehmen könnte. Aber ihr werdet trotzdem, wenn ihr damit handeln wollt mit einer Polaris oder sowas, ihr werdet lange nicht so kosteneffizient und eben wirklich insbesondere effektiv sein, wie wenn ihr eine Hull benutzt oder irgendein Schiff dieser Art. Das ist dafür nicht gemacht. Die Schiffe sind Militärschiffe, die Polaris selbst auch und sie sind eben bestimmte Zwecke, sind vorgesehen für das Schiff. Und da muss man ganz klar sagen, ein Käpt'n, der eine Polaris hat, der hat eine Mission, der weiß warum, der geht nicht Sightseeing. Das steht auch extra so drin, steht in diesem Artikel. Also schreiben wir es uns hinter die Ohren. Militärschiffe nimmt man für diesen Zweck und wir werden nicht versuchen, damit unsere Oma um den Block zu fahren. Richtig. So, kommen wir mal zur nächsten Frage und da ist es natürlich auch ganz einfach gestellt worden, wie nützlich ist dieses Schiff, wie zuverlässig ist das Schiff, wenn man die mit einer, wenn man die alleine fliegt oder mit einer NPC-Crew und auch hier... Kennst du den? Kennst du den hier? Nennt man Facepalm. Wieso? Na, mit einer alleine? Es geht hier um ein Großkampfschiff. Freunde, da draußen nochmal, die die Fragen gestellt haben. Es geht hier darum, dass wir ein Großkampfschiff besetzen wollen. Ja, und das heißt, dass man ein Großkampfschiff alleine fliegen will. So, ja, okay, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Also, ihr braucht nicht viel Crew. Ihr braucht nicht viel, aber ihr braucht Crew. Also, die wird einfach nötig sein. Ja. Jetzt kannst du gerne fortfahren. So, und das ist natürlich auch genau der Punkt. Also, alleine fliegen, man kann eine Minimalbesatzung haben, aber wie gefechtstauglich das Schiff dann ist, das könnt ihr euch, glaube ich, dann auch denken. Und ich würde keinem empfehlen, da mit einer Minimalbesatzung in ein Kampfgebiet reinzufliegen. Also, Leute, auch hier hinter die Ohren schreiben, holt euch eine ordentliche Besetzung mit. Genau. Wir wissen übrigens, dass der Großteil dieser ganz speziell besonders intelligenten Fragen natürlich nicht von unseren Zuschauern kommen. Das ist uns völlig klar. Aber wir müssen das auch mal loswerden, wenn man sowas bekommt. Also, man wird auch natürlich eine NPC-Crew kriegen können, die wird man anheuern können und dann muss man allerdings aber eben auch sehen, dass man dafür Geld bezahlt. Es wird teuer werden, insbesondere, wenn man Leute haben will, die wissen, was sie tun. Also, NPCs auch. Deshalb, dieses Schiff ist selbstverständlich nicht für den Solo-Gebrauch gedacht und es ist insbesondere dafür ausgedacht, dass ihr mit kleinen Crews, mit euren besten Freunden oder eben innerhalb von eurer Organisation erfolgreich loslegen könnt. Das ist es. So, kommen wir mal zur nächsten Frage direkt. Fast and fast. Ja, genau. Also, die nächste Frage ist, kann das Schiff so landen wie die Idris? Wir wissen ja, die Idris als Capital-Schiff kann ja tatsächlich auch wirklich landen und da war natürlich die Frage gestellt, kann das die Polaris auch? Auch hier gibt es eine kleine Antwort und eine sichere Antwort. Ja, kann sie. Sie kann landen und ob sie auch Platz hat für ein Gefährt wie den Rover jetzt da mit sich zu führen. Und auch hier gibt es auch eine ganz klare Antwort. Ja, auch da gibt es genug Platz. Also, ein Rover passt auch drauf. Der wird wohl passen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Kann man auf jeden Fall gleich rumdüsen auf dem Planeten, wo man dann ist. So, dann ging die Frage. Ja, also, es gibt so viele Crew-Positionen an Bord und was macht man denn an Bord, außer wenn man jetzt nicht der Pilot ist und das Ding wirklich selber fliegt? Die Frage hat CIG irgendwie ziemlich geschickt umgangen. Die haben nämlich eigentlich nicht, sie sind gar nicht auf die Crew-Stationen eingegangen, sondern auf wie viel Platz grundsätzlich an Bord ist. Und da ist auch ganz klar zu sagen, da gibt es jede Menge Platz. Also, es gibt tatsächlich mehr Quartiere, als es Crew-Stationen gibt. Dass das Ding wirklich im laufenden Betrieb auch da on gehalten werden kann und die Stationen auch voll besetzt werden können. Und auch hier sei gesagt, je mehr, desto besser. Und da kann man das Schiff auch schön auch innen sichern. Das heißt, auch dann von Enter-Angriffen eventuell schützen. Aber wie gesagt, was da jetzt ganz genau noch gemacht werden kann, da hat sich CIG etwas bedeckt noch gehalten. Genau, da haben wir nämlich keine Informationen. Die Frage haben sie nicht so richtig beantwortet. Die nächste Frage ist, auf der Stats-Page heißt es, dass die Polaris große Schilde hat und keine Capital-Size-Schilde, also keine Großkampfschiff-Größe an Schilden, sondern eben eine Nummer kleiner. Ja, und da war die Antwort eigentlich auch relativ eindeutig. Ja, die war da sehr eindeutig. Also, da wurde es auch einfach von den Größen her verglichen. Und wenn man jetzt mal die Polaris, die jetzt wirklich nicht schlecht ist von der Größe, aber einfach mal neben eine Idris oder eine Javelin stellt, dann wird man feststellen, dass es ja von der Größe her doch ganz schön abweicht. Und man hat auch mehr Vorteile mit der Polaris, die zum Beispiel in der Manövrierfähigkeit oder auch in dieser kleineren Größenordnung als Capital-Chip jetzt auch vorzuweisen ist. Und mit dem Speed, natürlich. Der Speed gehört auch dazu. Und dass man gerade in Gefechtssituationen sehr gut auf Breitseitenfeuer gut ausweichen kann und auch nicht so eine hohe Hitbox hat, wie jetzt zum Beispiel die Javelin oder die Idris, aus dessen Grund die auch größere Schilde auch einfach benötigen, um länger Stand zu halten. Außerdem ist es so, dass das Schiff ziemlich bulkig wäre, wenn man dort alles verbauen würde. So ist es ja. Denn große Schilde brauchen auch ein großes Powerplant und entsprechend große Leitungen. Und andere Komponenten müssen entsprechend auch vergrößert werden. Und die passen einfach auch einfach in diese Korvette nicht rein. Dafür ist sie aber nicht gedacht. Weizen hat sie sehr schön verglichen. Ich persönlich auch. Als Star Trek-Fan kennt man das. Die Defiant wäre so ein Beispiel, wie man sich irgendwie eine Polaris vorstellen könnte. Gerade so im Vergleich zu einer größeren Enterprise oder eben einem Schlachtschiff. Das ist halt wirklich eine andere Art. Darum ist es auch empfindlicher, das Schiff insgesamt, als eben eine Idris oder eine Javelin. Erklärt sich aber eben daraus auch ganz gut, dass sie sehr viel manövrierfähiger und schneller sein wird. Und das ist eben der Punkt. Geschwindigkeit wird immer wieder herausgestellt bei dem Q&A. So, und dann haben wir, glaube ich, noch eine letzte Frage. Genau. Die dreht sich dann wirklich um das Interagieren mit dem Schiff, wenn wir jetzt gerade auch mal in einem Fighter drin sitzen würden. Und da waren, das sind sogar mehrere Fragen gewesen. So, die erste war tatsächlich, ob man, ob die Plattform, diese Hangar-Plattform tatsächlich hochgefahren werden muss, um darauf landen zu können. Oder ob man direkt in dem Schiff praktisch drin landen kann. Da sei gesagt, das geht beides. Also man kann tatsächlich auch in dem Schiff drin landen oder man kann auch warten, bis die Hangar-Plattform rausgefahren werden kann. Hierbei wurde natürlich auch gerade nochmal das Beispiel mit der Sabre gebracht, weil die hat ja schon ganz schön breite Flügel. Und diese Flügel klappen sich ja tatsächlich erst im Landing-Mode ein. So, und deswegen wäre es da, glaube ich, eher von Vorteil, die Hangar-Plattform erstmal rausfahren zu lassen, damit man im Landing-Mode das Ding schön runtersetzen kann und dann die Hangar-Plattform entsprechend runtergefahren werden kann, bevor man sich die Flügel abreißt. So ist es. Und der zweite Teil der Frage war auch sehr spannend. Und zwar, wird es denn möglich sein, erstens, während die Polaris unterwegs ist, zu landen in dem Hangar? Und zweitens, eben auch zu starten, während sie unterwegs ist? Und da sagen sie, ja, grundsätzlich möglich ist es. Aber ihr werdet verdammt scheiße gute Piloten sein müssen, um das zu machen. Denn erstens müsst ihr eure Geschwindigkeit an das Schiff anpassen, dann müsst ihr halt entsprechenden Winkel finden, um runterzukommen. All das in einem wirklich sehr fein abgestimmten Manöver. Kommunikation muss da stimmen, haben sie geschrieben, zwischen Piloten und der Crew eben, die das Schiff in Empfang nimmt. Und auch das Aufsteigen kann ich mir durchaus vorstellen. Ist nicht sehr einfach, wenn man das Schiff voll in Bewegung hat und dann eben versucht, aus dem Ding irgendwie aus diesem Kanal da hoch zu starten. Also das kann ich mir nicht einfach vorstellen. Top Gun lässt grüßen, dann trainiert man fleißig. Genau, absolut, ja. Also das wird wirklich Übung und ich denke, den ein oder anderen abgerissenen Flügel gebrauchen, bis man das wirklich hingekriegt hat. Wir sind sehr gespannt darauf und ich bin sehr gespannt vor allem darauf, wenn Weasen das das erste Mal probiert und wir das dann für euch im Let's Play machen. Das wird bestimmt eine coole Episode. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind soweit durch. Cool, ja, dann von daher würde ich sagen, wenn ihr selber noch Fragen, Kommentare oder sonst was habt, schreibt sie uns selbstverständlich in die Videobeschreibung und ansonsten abonniert den Channel, wenn ihr weiter up to date bleiben wollt. Schreibt uns nette Kommentare oder liked oder disliked die Episode und selbstverständlich, wenn ihr uns bei Patreon unterstützen wollt, als YouTube Creator freuen wir uns ganz besonders. Letzte Anmerkung noch, dadurch, dass wir am Samstag unseren großen Jubiläums-Livestream haben, werden wir vermutlich das zweite Q&A zur Polaris werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche machen können. Das wird direkt am Freitag nicht mehr klappen, weil wir da mit Vorbereitungen beschäftigt sind. Ja, aber bis dahin und bis zum Livestream würden wir sagen, Westen und der Sawyer verabschieden sich jetzt mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you on the Flight Day! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!